Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. 400 Gramm Hähnchen Mini Stegs 3,49 Euro, Bio Landhähnchen Kilogramm 8,49 Euro, 400 Gramm Bauchscheiben 3,69 Euro, 800 Gramm gemischtes Hackfleisch 4,59 Euro, Bio Haferpops 1,79 Euro, Bio Quark 69 Cent, Bio Bacon 1,49 Euro, Bio Hähnchenspezialitäten 1,49 Euro, Bio Feta 1,89 Euro, Bio Saure Sahne 45 Cent, Bio Käsestücke 1,55 Euro, Bio Naturland Mozzarella 79 Cent, Bio Naturland Teigwaren 1,55 Euro, Knusperknecke Snack oder Scheiben 1,29 Euro, Bio Sauerkraut 1,11 Euro, Der Große Bauer 49 Cent, 1250 Milliliter Coca-Cola Fanta oder Spreit 75 Cent, Dr. Oetker Tortenhelfer 69 Cent, Per-Woll-Flüssig-Waschmittel 5,99 Euro, Milka-Kekse 1,69 Euro, Mil-Sanischmand 55 Cent, Wonnemeier-Fleischsalat 1,25 Euro, King's Crown passierte Tomaten 55 Cent, Farmer Naturals Studentenfutter 1,15 Euro, Sun Snacks Stapel Chips 1,29 Euro, Landfreude Eierspätzle, Schupfnudeln oder Knöpfle 1,19 Euro, Flammkuchen 1,55 Euro, Speisezeit Fingerfood 1,59 Euro, Gold Ehrenbutter Toast 79 Cent, Güldenhof Geflügel Leona 79 Cent, ab 2 Fashion Rip Tops 5,99 Euro, Drei Paar Sommersöckchen 2,49 Euro, Crane Barfußschuhe 14,99 Euro, Ab 2 Fashion Schlafshirt 4,99 Euro, Pyjama 12,99 Euro, Home Creation Schale, Vase oder Stabkerzen 6,99 Euro, Teichpflanzensets 2,69 Euro, Bio Hochbeet und Gewächshauserde 1,99 Euro, Dipladenia oder Oleander 3,99 Euro, Villeda Wischmop Set 27,99 Euro, Crofton Titan Plasma Pfanne 16,99 Euro, Yes Collection Küchenhelfer 1,00 Euro, Crofton Edelstahl Pfanne oder Top 11,99 Euro, Tiefkühldosen Set 1,99 Euro, Novites Musselin Bettwäsche 24,99 Euro, Home Creation Musselindecke 13,99 Euro, Novites Dusch, Hand- und Gästetücher 12,99 Euro, Home Creation Duftkerze 4,99 Euro, Dreipaar Sneakersöckchen 1,99 Euro, Nachtwäsche 5,99 Euro, Lilly und Den Sandalen 9,99 Euro, Eurodont Universal Aufsteckbürsten 4,99 Euro, Oszillierende Zahnbürste oder Schallzahnbürste 14,99 Euro, Lilly und Den T-Shirts 3,99 Euro, Drei Stück Radlershorts 2,99 Euro, Zwei Stück Sweatshorts 3,99 Euro, Lilly und Den Pyjama 3,99 Euro, Drei Set Bio Baby Bodies 6,99 Euro Wenn Sie keine aktuellen Kataloge verpassen möchten, können Sie gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie es mit einem Daumen nach oben markieren und es mit Ihren Freunden teilen. Auf diese Weise können wir mehr Menschen erreichen und unsere Gemeinschaft vergrößern. Wir schätzen auch Ihre Kommentare und Ihr Feedback sehr. Teilen Sie uns gerne mit, was Ihnen gefällt und ob wir etwas verbessern können. Herzlichen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.